Hier sind noch ein paar Pläne unter unserer Kontrolle. Wahnsinn. Ich bin ja begeistert. Ist ja Wahnsinn. Ach, das ist hier unten. Ja. Oh, dann mach ich jetzt auch gegen den Kopf. Wolkenblitz. Woher siehst du gerade? Daher siehst du gerade. Dann kannst du dich mal nach Tare gehen und lass dich zusammen schießen. Ach ja, das ist ja gar kein Problem hier. Dies ist ja gar kein Problem. Das ist ja nur normale Armeen hier. Das ist gar kein Problem. Das ist doch gar kein Problem. 49% zu unseren Gunsten. Also wenn ich da an vor drei Folgen denke, sah das alles noch ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Hat sich das doch schon sehr zu unseren Gunsten gewandelt. Boink. Alle entsenden. Kannst du gleich mal hier einvasieren. Das hat gerade hier zu tun. Das ist aber auch fertig. Hm. Hm. Anscheinend wollen sie den Planeten befreien. Situation log updated. Wollen wir uns zu Verbündeten da lassen? Ich glaube nicht unbedingt alleine. Ja, ich wäre gemein. Situation log updated. Du. Hm. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Ich meine, hier kommt ja zur Zeit erstmal keine Invasionsflotte. Dadurch sind die erstmal abgelenkt. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Bump, pump, 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 pump. Ich mache mal kurz eine neue Flotte hier auf. Und zwar, ich habe ein Schlachtschirm hier drin. Um, pff, ja. Ja, Mauerflaggert. Ja, das ist alles nicht so wild. Wir müssen ja so ein bisschen auf das Unit aufpassen. Ah, Plan ist schon zusammengeschossen. Schon, wir haben geschossen. Das heißt, wir müssen ja irgendwie gucken, dass die uns nicht ans Beinpieseln. Das war dann jetzt im Bau. Schießt die noch wirklich zusammen, oder? Ach, hab ich schon eingenommen. Ich bin auch beschert. Ha! Ja, okay. Nix gesagt. Hm, nee, da muss ich nicht rein entfliegen. Das wäre ein Quatsch. Das ist mit allen. Das ist zwar eh gleich so weit, dass das losgehen kann, aber egal. Fließt man auch nicht. Schön, wenn wir sehen uns am Ende. Erstmal nur Klein-Kram. Boom. Boom. Raumhafenbau ist mir aber egal. Boom. Raumhafenbau. Das bringt euch gar nix. Ich werde trotzdem bitte gerne Boden-Ummähen, wenn das geht. Das geniehen wir. Ach, der fliegt. Raumhafen. Jetzt. Boden-Ummähe bitte. Danke. Boah, nervt mich nicht. Nervt mich nicht. Gut. Wollen wir nochmal unsere Stütze zuerst oder was? Also, das ist ja wieder eine zwei Schweinerei hier. Tsk, tsk, tsk. Was machst du? Du langweilst dich. Dann fliegst du. Dann fliegt du. Ach. Dann macht sich Stützung kaputt. Und dann fliegst du. Reise奇怪. Situation log updated. Enqu Teal, Limit engaged. Situation log updated. Und das ist auch beschwert. Ja, wir haben auch gar nix gegen uns machen. Aber wir werden trotzdem als Kämpfen-Am create eingedet. Be 아버 Horizon police engaged. Situation log updated. Danke. Ah, klärt's ich weiter. Sehr schön. Gute Armee. Oh. Au. Ich kann das jetzt noch mal. Was ist denn jetzt? Ähm, Mensch. Darf ich dann erstmal invasieren bitte? Danke, so nett von dir. Oh, nett. Ich greife mich sogar an. Äh, passt das? Eigentlich... Frischgefährlich, denke ich. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Figurte dürfen versteckt platzen. Ja. Separatisten, Schwabel, Schuhe. Ansonsten, Fraktion, wie sie es denn aus? Irgendwas, was wirklich egal ist. Halbwegs. Ich muss vielleicht noch ein Rechensturz nehmen. Mal. Hostile Fleet engaged. Situation log updated. Station under attack. Blup, 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 blup. Das geht gleich nochmal. Blup, 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 blup. So, da habe ich keinen Einfluss mehr. Ich habe noch Schlachtschiffe verloren. Putsch. Hier geht's halt. Da. Oh, Schlachtschiffe verloren. Alter, jetzt geht's amortieren. Na ja. Da brauche ich nach. Keine Ahnung. Situation log updated. Hostile Fleet engaged. Evading Hostile Fleet. Äh, ja. Okay, das ist jetzt grad. Ähm. War ich schon ziemlich beschädigt sind, oder? Moment. Moment. Ich hätte jetzt gern mal... Dich... Nee, du bist ein bisschen doof grad platziert. Wohin haben sie überhaupt zurückgezogen? Ja. Die flott ist in der ersten Station. Ist das mein... Nein, zum Teufel machen die hier. Kommst du da hin? Ähm... Ist das vielleicht... Muss ich zurückziehen? Ja, das passt. Das ist nochmal. Hostile Fleet engaged. Bin am 1. Juhu. Situation log updated. Wupp. Äh... Oh. Check. Sieg. Wie, Ketori? Was haben wir denn gekriegt überhaupt? Hier ist die Ecke. Oh. Ich würde mal sagen, das bekommt direkt mal... Äh... Weißt du? Megalotes bist du... So mega bist du noch gar nicht. Ähm... Nee, nicht Fraktion. Ich fände nicht die Planeten... Sektoren. Blub. 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 Ja. Blub. Blub. Abschließen. Jupp. Wobei, hier müssen noch mehr... Ja, der oben ist noch mehr Planeten. Äh... Was fällt... Auch uns an, dass ich mir das leisten konnte. Eigentlich habe ich ja gar nicht genug Einfluss gehabt. Egal. Egal. Können wir mal den Sektor noch größer machen. Bist du eher Relation? Was bist du für ein Sektor? Martini Prime. Ja. Ja. Ich brauche gleich noch ein bisschen was ab. Wie ist die in Ordnung? Können wir euch für ein Kier klären eigentlich? Können wir wahrscheinlich, oder? Kier klären? Ja, könnten wir. Wer hängt da mit dran? S-Jagun Pakt. Ist Teil dieser Allianz. Ah. Guck mal einer da. S-Jagun Pakt. Ihr, die meinen Zugang zu meiner Heimat abschneidet. Zu meinem... Ne? Planeten hier abschneidet. Ja, schau mal einer. Guck. Wobei ist mein Neues? Genau. Du, 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 du. Jetzt brauchen wir hier neue... Äh... Die Raumhäfen neu aus. Jetzt erstmal das. Überall Maschinenbauhalle. Können wir aufmachen. Puh. Das bringt glaube ich gar nicht. Was ist das für... Äh... Ist das für die ganzen Schiffe, die da gebaut werden? Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei den Stationsmodi-Führer. Ne. Das ist nur für die Station. Ähh... Ja gut. Dann ist das relativer Quark. Tut tut tut. Tut tut tut. Kreuzerwerft. K Testamentwerft. Und eine Zerstörerwerft. Ja. Und dann haben wir noch ein was übrig. Was machen wir denn da mal schön so. Uiuhu. Ne. Das ist Quatsch. Ich möchte keine Rohstoffe vertüdeln. Schlachtschiffe machen wir da nicht. Ne. Also dann hier das gleich nochmal, Maschinenwahl, Besatzungsquartiere, an die einzelnen Produktionsanlagen, ne dauerlich hin Kredite, Störer und Kreuzer, ne, Kreuzer Argarians District, hat jetzt natürlich mit Agrar nicht mehr so viel zu tun, weil das dann ja im Endeffekt auch in die Produktion von Waffen des Todes reingeht, aber Pst, wir können vielleicht doch die Sinnkürze der Verteidigung bauen, hm Mal überlegen, ich mein, wir haben ja noch eins frei Ach, verdammt, verdammt, ich hab mich vergessen Hm, den darf ich eigentlich nicht, das war eigentlich nicht Ich gern die Flotten-Akademie der Alternative noch Ja, du brauchst grad noch neu Ich hätte dafür gern die... Ne, ich hätte dafür gern... Ist zum Teufel... Da? Ja Dafür hätte ich jetzt gern die Flotten-Akademie Wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn... Blind Da... Zu wenig... Ah, ok, zu wenig Einfluss Zwischenroten Hm Auch knick... Ne, das war schon das Richtige Die will ich nicht... Die will ich... Die will ich... ... zum Chip... Ah... Nein, das ist richtig... Das ist richtig... Die brauch ich nicht... Sehrös mit ... In den Passationsquartierern... Blup... Ok... Ah, ist passt Mehr Credits, mehr Trefferpunkte, mehr Sensorisch weiter. Wo liegst du denn eigentlich überhaupt? Lass mal nochmal aufbauen, bei dir auch. Ihr seid da an der Grenze, genau, dann werdet ihr gleich eingemeindet. Das ist alles okay. Basis ist alles okay. Jo, ich würde mal sagen, sind wir ein Stückchen gewachsen. Norden und Süden sozusagen. Gut. Können wir euch jetzt auch mal aufwerten, die da nicht aufgekladet sind. Beziehungsweise allgemein mal die ganzen Flotten, alle auf einen Punkt. Alle mal ins Hauptsystem und dann mal einen neuen Ort nennen das Ganze. Wir haben ja doch mal ein Stückchen Boni. Was ja gar nicht so gedacht war. Ähm. Ja, ich würde mal da hin. Blub. 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 Und blub. Die Produktion erstmal anhalten. Eigentlich nicht wirklich. Oh, das passt zu weit. Arbeitslose schon wieder, weil sie jetzt alles kaputt machen. Das ist doch so. Und noch. Hier. Äh, okay. Arbeitslose Schneckchen. Das ist eh gleich. Ihr werdet einfach die Martin-Kolonie mit eingemeindet. Und dann ist gut. Blub. Ich hoffe, die bauen auch die Stationen dann neu, oder? Sieht aber eigentlich so aus. Ich hab hier zu mir. Viel verloren. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Dann Sektor für den Ressourcen. Ja, das ist mir aber egal, weil ich hab da kein Verlangen danach. Hat der denn den Auftrag neu zu bauen? Du bist ja wohl Tag am Sektor. Genau. Ja. Bauen wir mal wieder neu. Das ist ja der Fokus. Brauchen wir nicht wirklich. Machen wir einen Furchtungsfokus hier draus. Hast du ganz gute Furchtungspunkte? Das passt. Ja, ich passt. Jupp, unsere Flotten sind alle auf dem Weg. Sind auch alle gleich da. Du bist nicht auf dem Weg. Du bist schon da. Ja, du bist schon da. Dann. Du. Als Wortzeichen fliegst mal weg. Du brauchst nicht mal am Kampfentsatz. Sie haben ja nicht mal unser Hauptsystem angegriffen. Ha. Brauchst du nicht auf dem Weg. Ja, vielleicht ein bisschen. Ihr fliegt euch alle mal zusammen. Oh, du fliegst wieder rum. Du bist ganz ehrlich geworden. Na gut, das ist es. Alle zusammenfügen. Alle zusammenfügen. Uff, schon eine ganz anständige Flottengröße würde ich mal spontan bauen, oder? Ja. 30.000. Was haben wir denn so hier? 18 Mal. Keine Superior. 23 Supports. Können wir jetzt auch mal unsere Bauschleife anpassen. Raumhafen. Wird schon gar nichts mehr gebaut. Hier wird noch gebaut. Wo ist das alles meiner Progenitore? Das lassen wir noch fertig bauen. Dann gucken wir mal.